So, der trifft. Aber naja. Es gibt keine Schuld, die Soldaten haben zu Freezers Handlanger. Warum? Nachdem er den Mond an seinen Kameraden mit ansehen muss, wird der Bardock seine schlimmsten Befehlungen bestätigt. Meine Fresse. Jedes Mal letztlich Mond statt Mord. Was haben wir denn hier? Östliches Dorf. Was haben wir denn hier? B-Bitte beschütte Namek vor dem Bösen. Da fuck! потому dass zack der Kriegen bl inne ist. Oh! Oh man! Oh! Oh! Oh man! Und- Oh! 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 Yeah. Oh! aber ich werde es aber nur einmal Oh Mann. Jetzt nicht, habe ich recht, dass das so gekampft wird. Finaler, Richard. Nein! Komm schon, Treff. Danke, Bordok. Das ist auf jeden Fall besser als Raditz. So, wenn die alle so wenig Energie haben, habe ich eine Chance. Alter, das war arg knapp eben mit dem Ausweichen. Ja, ein bisschen Pflegen, Pflegen, doch. Okay. Bäääääääääähm. Abflug. Das ist Geschichte, Kleiner. Hm, der wird das Manny jetzt erinnern. Wow. The fuck. Nein. Ich mag es nicht, wenn ich einfach mit meinen Aktionen unterbrochen werde. Deswegen geht's auf die Fresse. BAMS. Tja, das ist ein Graune, zum Glück. die plus hier hatten 52 wunderbar einstreckende schweine wieder kiwi da ist auch ich einfach ab und gut ist wenn ich noch mal einstreckende fliege oder der doria wer kommt war doch noch von seiner entdeckung geschockt wird von fliege handlanger doria überraschend doria doria warum warum tust du das doria 95 ok ich bin ja immer noch auf flieger gespart wie der jetzt reinhaut doria nachher und attacke Ich hab ihn! Hey, Butt-Head, flug ab. Ja, das hat er abzüglich doch gemacht. Flug ab. Ja, okay. Fliege weg, man. Flug ab. Flug einfach ab. Tschüss. Niemand braucht dich. Kein Level ab. Tutori hat nur Spardocks Verwirrung ausgegreift genannt. Wie enttäuschend. Ich hatte gehofft, mich am Weg amüsieren zu können. Nach der Schlacht alter Doria weiter, um Freezas nächster Auftrag zu erfüllen. Nein! Mit der Gabe der Vorhersehung, verflucht, wird Bardock von Visionen gequält. Er sieht seinen Sohn im Kampf mit Freeza und seinen eigenen Tod durch den Tyrannen. Weiß Bardock, dass diese Vision eines Tages verwirkert werden? Ich werde die Zukunft ändern. Das ist eine Verkaufnahme. Der Wälder hat sich, in der Fall zu werden. Ich werfe die Musik in der Falle. Die Schlacht hatte eine Verkaufnahme. Ja. Ja, verflucht. Jetzt soll ich's nochmal machen. Ähm. Okay, da ich das ja nicht machen, wollte ich eine Aufnahme, äh. Werd ich das Ding mal jetzt mal hier cutten und dann raussteinen. Werd ich das Ding mal hier cutten.